Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 27. Juni. Heute wird der Geek Talk Daily wieder unterstützt von Marketing-Experten der Lernkarten-App von den Entwicklern Apps with Love. Der Fokus der Anwendung liegt auf den fünf Lernfeldern Digital Marketing, General Marketing, Marketing-Fachleute, Verkaufsfachleute und technische Kaufleute. Und wenn das was für euch ist, dann schaut da mal rein und wir bedanken uns für die Unterstützung. Ja, heute haben wir dabei macOS, Google Maps, Firefox, Facebook, Amazon, Instagram und Uber. Also eine volle Folge und beginnen tun wir mit macOS. Und zwar mit macOS Mojave. Okay, die Beta ist jetzt verfügbar, also die öffentliche Beta für alle, ähnlich wie gestern, wo schon die öffentliche Beta für iOS 12 veröffentlicht wurde. Wenn ihr Lust drauf habt, dann könnt ihr euch jetzt, egal ob ihr Entwickler seid oder nicht, die Beta von macOS Mojave runterladen und diese testen. Und wie immer gilt, wenn ihr das macht, viel Spaß, aber macht vorher ein Backup. Und heute steht auch zur Verfügung die neue Version von Google Maps für euer iOS oder Android Gerät mit neuem Design. Und ja, ist alles ein bisschen weißer geworden. Es gibt viele runde neue Buttons und Vorschläge. Also testet das mal aus. Ich bin da auch Beta-Tester seit langem schon und mir gefallen die Updates in Google Maps richtig gut. Das ist eine richtig schöne runde App geworden und die Empfehlungen bei Google werden auch immer besser. Noch nicht ganz Vorsquare, aber es geht schon. Eventuell seid ihr aber auch Firefox Nutzer. Ich bin das eben nicht. Aber wenn ihr Firefox Nutzer seid, dann gibt es jetzt auch die neueste Version des Browsers. Und zwar Firefox 61 ist veröffentlicht worden. Und der ist nicht nur wieder schneller geworden und benutzerfreundlicher. Er hat auch neue Funktionen. Ihr könnt beispielsweise eure bevorzugten Suchmaschinen einfach zur Adressteile hinzufügen und damit arbeiten. Und außerdem hat er das sogenannte Tab-Warming. Das bedeutet, wenn ihr mit der Maus schon über einem Tab seid, also das Tab wechseln wollt, dann wird das vorgeladen. Und dementsprechend, wenn ihr wechselt, dann ist es einfach schneller da oder gefühls schneller für euch verfügbar. Schöne Sache, das könnte Google auch mal bei Chrome reinbasteln. Facebook, die haben ja Anfang des Jahres diverse Maßnahmen für Werbeanzeigen verabschiedet. Unter anderem haben sie damals Anzeigen für Kryptowährungen komplett verboten. Und jetzt, nach ein paar Monaten, rudern sie etwas zurück und lassen Anzeigen für Kryptowährungen wieder zu. Allerdings auch nicht für alles. Also ICOs sind immer noch gesperrt. Und wenn man eine Anzeige für eine Kryptowährung schalten möchte, dann muss man durch den Approval-Prozess gehen. Das ist ähnlich, wie es auch derzeit ist, wenn man politische Anzeigen beispielsweise auf Facebook schalten möchte. Finde ich eine gute Sache, denn so ein schwarz-weiß-Bann der Anzeigen für Kryptowährungen war schon ein bisschen hart. Denn ja, nicht immer ist da Schmuh hinter. Krypto ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Und ja, Facebook hat das auch erkannt. Amazon, die haben jetzt der iOS-App von Alexa endlich mal eine Sprachsteuerung spendiert. Die gibt es auf der Android-App schon länger. Ich glaube, seit Anfang des Jahres. Aber jetzt kann man auch in iOS direkt mit der Dame reden und entsprechend Informationen abfragen. Funktioniert ähnlich wie auf iOS die Google-App mit dem Google Assistant. Man muss halt die App starten, da kommt man nicht drum rum. Denn Apple hat natürlich mit Siri den eigenen Sprachassistenten und der ist im System verankert. Die Drittanbieter müssen da einfach über die App gehen. Instagram, die haben jetzt auch endlich den Videochat freigeschaltet. Und zwar ein Vierer-Videochat. Ziehen damit mit den ganzen anderen Social-Media-Plattformen, Messengeren mehr oder weniger gleich. Es gibt immer Unterschiede in der Anzahl der Videochats, die gleichzeitig verfügbar sind. Wie gesagt, bei Instagram sind es vier. Aber das Interessante ist, man kann den Vierer-Videochat sogar minimieren. Sprich, der wird dann einfach verkleinert, unten rechts angezeigt. Man kann ihn auch newten, wenn man irgendwie denkt, ja, ja, die können sich mal alle unterhalten und ich tue so, als ob ich gucke. Und währenddessen kann man fein seinen Instagram-Feed durchscrollen und sich so vergnügen. Schöne Sache. Ich probiere es auf jeden Fall mal aus, obwohl Videochat mache ich meistens eher weniger, beziehungsweise nur im beruflichen Kontext. Und da benutze ich einen ganz anderen Dienst. Und zum Ende der Sendung noch eine Nachricht, die mich sehr gefreut hat. Uber hat in London wieder eine Lizenz bekommen. Die wurde ihnen ja mehr oder weniger entzogen. Die sind jetzt vor Gericht gegangen und sie haben jetzt eine provisorische Lizenz bekommen, um in London Uber betreiben zu dürfen. Und zwar für 15 Monate. Und während dieser provisorischen Lizenz sollen sie halt die Bedingungen des TfL, das ist Transport for London, Verkehrsbetriebe von London, um es mal so zu nennen, die sollen die erfüllen. Da gibt es diverse Ansprüche, die diese stellen. Und Uber hat auch gesagt, ja, in der Vergangenheit haben sie es nicht so gut gemacht, wollen sich daran halten. Und ja, ich bin gespannt, ob das auch klappt. Ich selber bin ja großer Uber-Fan, nutze den Dienst sehr gerne in den Städten im Ausland, wenn er verfügbar ist. Und auch gerade in London. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ja, Bergfest, wie man so schön sagt, Mittwoch. Ich wünsche euch einen guten Schultag, einen guten Arbeitstag. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.